Ich seh nichts Ja genau, Paladin liegt genau in der Mitte, Alter Naja, das ist keine große Kiste Ja nix Hier liegt nur Scheiße, Alter, wenn das hier zum Fight gekommen wär Du hättest keine Chance Selbst wenn du nur nach mir runterkommen würdest Doch, wow, hier liegt einer vor keinem Sechsers Gold hab ich Boah, der eine rastet da völlig aus Guck mal, da hat er sechs Leute oder so getötet Vier oder sechs Leute Ich bin sicher Das sind ja immer die Leute, die bloß da den Antizipus packen Und dann kommen die beiden von vorne, weißt du Äh, die Die sich einfach umgedreht haben und direkt nach was erschossen haben Ich gucke gleich hier draus, ob sie da liegt Alter, die viermal Beschissen nach oben haben die So und so selten erlebt Gar kein Kick Ich stand immer irgendwo ganz beschissen Jetzt hätte ich Sechsers Rob gebraucht, Alter und dann Das war's für heute. Das war nur um den Turm noch nicht in der mittleren Etage, wo du jetzt gerade bist. Was hat er? In der mittleren Tür, wo du jetzt bist, war ich in der mittleren Etage noch nicht. Oben war ich noch nicht. Wo war ich jetzt? 3er habe ich schon. Was hast du gefunden? Nein, da vorne im Haus. Was ist da? Was ist da? Links auf dem hier steht auch keine. Willst du mir den 6er Scope geben? Ja. Danke, hier 3er. Nein, da war auch kein Scope. Ich habe vor allem das Ding, ähm, die... Boah, wie heißt das denn? Auge, oder was? Wir müssen noch einen Traumakritisch bestimmt sein. Steht auch ein bisschen. Was sind die Hinternäuser hier? Was bist du, Alter? Wer kriegt denn jetzt hier ran, Alter? Hallo. Es ist mir aufgefallen, dass wir unsere Gegner nur finden, wenn wir kurz Hordin stehen oder mit denen wir in Fight sind. Ja, okay. Sonst irgendwie... So mal durch den Sensor-File mal, oder so? Ist das irgendwie die Uhrzeit, oder? Nur wenn wir mit den Fighten sehen, wie die einfach. Sind alle grad extremst lautfäulig. Alle Sensor-Fischer. Den Gründer dabei. Und einen gründer dabei. Stink aus. Just running. Ach, nicht, aber... Das ist ja wirklich ein bisschen... Was? Ach, nicht, ich bin Auge. Was, du in dem 1. Haus? Was, du in dem 1. Haus? Ich bin großen�ßen da, ich bin eigentlich nicht nach Hause. Oh ja. Nein, nein, nein! Litt. Oh! 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 Ich fahr noch alle lange nette Sachen rum. Ich fahr nicht mehr vom Zonen-Zonen-Stang direkt aus. Alter, ich find so viel geile Scheiße. Hier kriegt noch ne Splitte ab für dich. Oh! Hinter uns Auto. Ich hab keine Dinge mehr. Ich hab keine Dinge mehr. Oh! Ich schieß auch jedes Mal viel tiefer als sie eigentlich ankommt. Oh! 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 Ich hab ihn getroffen, er hat mich getroffen Ich hab mich schon wieder getroffen alter, der Schuss für 20 Meter gesehen und Geh weg und trotzdem trifft er Die Grenze ist anwesend, Wutz Ach, leck mich alter, es macht ja Spaß Anwesendig ist ein Witz Hier ist ein Auto, hier ist ein ausverstehender Typ. Ich höre, die fahren alle bis Zone, Zone. Können wir auch Zone fahren? Nein, nein. Da fangen wir an. Die kehren sich alle gegenseitig. Der Preis wird enger. Gar kein Stress. Ich merke, irgendwo sitzt bestimmt wieder einer in dem Geflügel oder in einem Baum. Der Preis. Ich bin ein ganzes Mann. Das ist mein Mann, da geht's. Und ich muss schnell rein stehen bleiben, ob du was hörst. Das ist das Beste, was du mal fandest. Krieg ich einfach. Ja, ist zu laut. Wird geil, wenn es ging, Alter. Ich würde gerne runter gucken. Der Typ, irgendwo unten, läuft nach oben. Aber der muss ja. Ja, die müssen doch. Aber wir werden ja alle mit zogen. Da oben steht er, er hat mich gesehen. Hm, ja. Der Schieben gab recht, hat er den Penner. Digga. Im Sprung. Hat er den bekommen. Ja, hat recht. Ich hab's gesehen. Ich bin. Hahaha. Hahaha Hattest du die Sendes angepackt? Nein Ich aber Ich habe ihn nicht Ich habe ihn nicht gebrochen, aber ich habe ihn nicht gebrochen Ich habe ihn nicht gebrochen rauskommt es ist auf jeden fall links im anwesend mhm und da unter denen ist auch noch einer deswegen ich sehe die gerade alle da rumtanzen auf dem berg ist auch noch einer oh digga bleib du einmal stehen siehst du den rechts ja so ist ein team weniger die anderen kommen runter der ist ohne gesprungen auf dem dach die zweite steht noch oben der war drauf alter der stand für eine sekunde der schuss spielt wahrscheinlich auch noch jetzt ah er kugt oooh da links unten kommt zurück das ist klar alter da war vorher auf mich der da ist das ist ich muss sowas inhalten er hinter uns so eine Blende oder sowas hast du ihn? ja da kommen 2 in die zone er hat es erwischt fehler gemacht 3 stück 3 stück haben Fehler gemacht und immer noch genügt das Ding ist, wir müssen rüber da oben steht er, ich hab ihn schon gesehen das hat auch noch ein Paller der guckt gleich, pass auf rüstungsshit keine Rüstung äh, keine Wunsch rüstungsshit im Jump die anderen 2 sind weg hinner am Berg, rechte Seite pass auf die anderen 2 sind weg Das war gescheit gemacht. So nicht, Alter.